Olam, du werden bald heiraten. Wala, du bist langsam schwul. Ja, okay, Anne. Hat mir, hab ich richtig hübsche Tochter. Draune Haare, schöne Körper, wala. Ja, und hat überhaupt Instagram. Olam, schreibst du einfach bei Instagram, rutscham, komm ich schon. Ja, okay, warte mal. Olam, wala, die ist so schöne Menschen mit schönen Körper, wala. Das ist eine Traum. Wala, wala, hast du Zeit? Bitte lass uns fortgehen. Ich fach's ehrlich. Wala, komm, wir gehen jetzt. Wala, Olam, du hast so eine schöne Frau gefunden, ich mach's schon bald morgen nicht an. Warte, lass mal langsam gehen, ich will dich nicht heiraten, das gefällt mir nicht. Olam, wala, die sind nicht schön. Vater, Doktor, Mutter ist bei Arbeitsamt angemeldet. Olam, machen wir Hochzeit, gerade mit Kindergeld, diese Frau machen sechs Kinder in die Baum. Guck doch mal, wie die aussehen. Olam, ja, okay, ich will... Wala, geh mir Burger King, McDonald's scheiße. Hallo? Ja, bitte. Salam alaikum. Habt ihr auch Reservierung für Iftah? Hallo? Was haben wir? Fastest du, mein Lieber? Komm, komm, ja. Möge Allah dich recht leiten. Hast du Chewab-Chi-Chi-Chi-Menü? Welche Menü? Chewab-Chi-Chi. Chewab-Chi? Ja, Menü? Mit Ketchup? Wer? Olam, ich war gerade nettollen, ich hab dir kaputt geschlagen, und sagst du, ich wala, ich raste aus mit Terlik. Kommst du, hast... Ja, komm, wir mach Schlägerei jetzt, komm, kommst du, okay? Okay, komm vorne, ja. Okay, komm, warte gleich. Willst du Schlägerei machen mit mir? ich habe hier keine probleme weil ich bin jetzt bei mcdonald's mal gucken so jetzt warum machen die hier immer so eng ja hallo hallo hast du so siehst mit sprit bitte so siehst mit sprit ja so siehst mit sprit und machst du mir bitte noch ein kurven wala ich kann deutsch sprechen warum sagst du so zu mir ich verstehe aber kein vornal spricht ein nase gleich ich mein es ich glaube wala reicht langsam ja ich komme nicht mehr mcdonald ich gehe bergert jetzt tschuss ja dann tschuss warum seid ihr alle so zu mir tschuss jetzt nein jeter art so da ist dein papa hat mich angerufen ja dann sagt mir du kriegst immer auf die schnauze vielleicht schon mal wie man trainiert ok ja jetzt schon stark auf jetzt los ja ich bin mir jetzt mal bitte das boxen bei du sollst boxen und nicht rumholen ja ich bin mir jetzt nicht so gut gehörst glaub mal jetzt sag mal wer muss das richtig machen vielleicht kannst du auch woanders drehen aber ich mach meinen job richtig doch wenn du schon mal ja dann klamm hast du den gegner ja dann kannst du dich machen dich mach den ja dann kannst du dich machen ja dann kannst du dich machen ich mach ihn sechse boxe und er reicht HETCHANT! Ich geh gleich mal Victorisch auch auf mir für meine Eselsohn. Deutsche, so Frau Müller, ich hab sie heute in die Schule gerufen, weil ihr Sohn Lars sich gestern in der zweiten Pause geschlagen hat. Was? Lars? Mama, pack mich ab, hab sowieso kassiert. Direkt an der Cafeteria. Ich hatte Pausenaufsicht, das geht so nett. Lars, ich kenn dich doch gar nicht so. Es tut mir schrecklich leid. Das passiert nie wieder. Seitdem du den neuen hast, geht's mir gar nicht mehr gut. Ich fühl mich einfach nur noch einsam. Aha, schwere Bedingungen. Lars, das wusste ich doch gar nicht. Alles wird gut, Dankeschön. Jetzt hol mir die neue Xbox, reicht jetzt. Ja komm, wir gehen zu Saturn. Und jetzt die Aussender. Frau Yilmaz, ihr Sohn, der Box ist in jeder Pause. Gnadenlos. Was? Erstmal? Salam alaikum. Valla, meine Sohn ist anders geworden. Ich geb die bald die Kinder heim. Valla. Das ist nicht stimmt. Anne, valla, der hat mich beleidigt, der Bastard. Hey, so reden wir hier nicht, na? Warum schlägt meine Sohn diese? Er wurde als Horensohn beleidigt. Das ist kein Grund, einen zu schlagen. Was? Natürlich darfst du nicht schlagen. Arsne. Vorsicht. Das ist das, was ich sagen würde. Das ist das, was ich sagen würde. Das ist dann ... Das ist das Länge. Oh, mein Handy ist kaputt. Display. Valla, was Display ist? Was ist das? Baba, Touch. Ah, Touch. Du hast doch vom Mediamarkt gekauft. Es hat doch Versicherung. Valla, nichts Versicherung. Warum? Hab ich geglaubt vom Bahnhof Kauf, ey. Warum sagst du vom Mediamarkt? Koste, Baby. Bring Messer, Valla. Ok. Hier, Baba. Valla, mach Reparatur. Das ist scheiße. Valla, unum geht es. Jawohl. Hä, aber geht doch nicht. Du musst hart rücken. Jawohl, geht doch. Mich nennt man nicht umsonst, Chef Achme. Wie Deutsche ausrasten. Sag mal aus, das gibt's doch nicht. Ich krieg die Migräne. Das geht nicht so weiter. Und bei den Ausländern. Mehmet. Wurde rauslassen, ihr. Deutsche. Die Bläschen gehören mir. Schnauze, meine ich hab sie gekauft. Hör mal, ich hab die bezahlt. Alter, fick dich. Das wird mir hier zu bunt. Mama. Kinder. Eine Woche Playstation-Vermot. Komm, es hackt. Und jetzt die O-Sender. Abi, ich will jetzt auch mal spielen. Mach eins, morgen geh in dein Zimmer. Kommt doch mal jetzt auch, Abi. Du musst mich schlagen. Aber bitte, bitte. Kiki, Niki, schlage. Bruh. Probleme immer lösen. Außerirdchen. Deutsche. Peter, kannst du mal ein paar Bilder schießen? Wir sind jetzt immer im Urlaub. Ja, Giesen, das mach ich jetzt hier. Okay. Hier, warum seh ich nur schwarz? Ja, mach doch die Kappe davor, da spinnst du, Mann. Na mal. Ach, scheiße, stimmt ja, sorry. Und jetzt die O-Sender. Ach, nee, ich will nicht immer Urlaub. Mach ein Bild von mir. Hadi. Hey, wait, überleid so. Du musst von hier ein Bild machen. Du mach ihn immer in meinen Bauch. Lang du fast, ich mach doch Bild. No, du hast halt. Warum soll ich fest anzunehmen? Ich mach ihn alleine ein Selfie. Komm in die Ghetto. Einkaufen als B. Nichts bei Netto. Waller, teuer. Scheißdeutsche Land. Die zahlt nicht steuer. Deutsche. La Badame, entschuldigung. Gott, ja, was ist denn? Brauchen du Stoff? Was, was ist denn Stoff? Droge. Was? Ich glaube, ich will nicht richtig. Ich rufe die Polizei an. Und jetzt, Jungs, denn da. Fatima, komm nicht durch nach Hartz. Ich will nicht. Wala. Entschuldigung, liebe Daumen. Ja, Fatima, warte raus, Fatima. Noll, du lach. Brauchen du Stoff? Ohne, mich nicht Stoff braucht. Das ist Baumwolle. Gut. Nein, Droge. Nein, ohne, was ist Drogen? Ich hab Gras da. Ohne, mich ist Gras, Mann. In den Garten bei mir überall Gras mit Rasenmähen machen. Nein, Mann, Gras sind Drogen. Mariana, was brauchst du? Fatima, warte, ich rufe gleich an. Hä, soll ich Schlag ausmachen? Du bist ja echt krank. Land, du effe, Arschlo. Du wolle nichts anderes, ha, Mann? Ich bin ja, doch, der Mann. Was weiß ich, ich schlage Poploesko. Deutsche. Guten Tag. Einen wunderschönen Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, also, ich wollte meine Haare schmelzen, ne? Bitte schön, nehmen Sie Platz. Oh, ich bin so aufgeregt, ja. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, das ist mein erstes Mal. Beruhig dich, Kiesel, dann trink erst mal den Schluck. Achtung, Gisela. Ah, geil. Super, nein, ich komm wieder. Und jetzt die Ausländer. Hallo, was geht ab? Guten Tag, ich kann schon behäflich sein. Lass uns nichts helfen, den Haaren schneiden. Eiche, sitz dich in die goldenen Mitte. 16 Mal, aber ich will schneiden Sie. Kleinen Moment, Eiche, ich komm sofort. Kein Problem. Weil das ist ja heute viele Kinder, die schaden auf dem Brot. So, Eiche, was machen wir denn heute, Geschwüns? Äh, kannst du, Lady Gaga, so machst du. Ah. Let's go. Was mach ich denn, Papa, rein? Eiche, du wolltest doch Lady Gaga. Gib mir Rassi-Apparat. Oh, besser. Eiche, geh mal jetzt zurück. Ja, Eiche, du hast doch gar nicht bezahlt. Da gib mir Gutschein. Okay, okay. Schau dir das aus. Krieg ich dich heute zu mir. Was Eiche kriegen, würde ich eure Gutschner meist lieber ein Handy sein. Deutsche. Oh mein Gott, Traumwut, das hast du toll gemacht. Du, dann mach ich das seit neun Jahren, das ist ein Klass. Ich glaub, ich kann das auch. Du, das war echt gut für den Anfang. Und jetzt ist ich auch Sender. Das ist ganz einfach, das kannst du auch alles lernen. Ich kann's lernen, ich kann's schon alles. Es ist, komm ich schnell. Ohlum, zeig mal nächstes Spiel. Schuhe werfen, wir bauen das ganz kurz einmal auf. Ohlum, brauchst nix aufmachen. Yeah. Oh, ne. Hey, schon. Lange Aufwand hab ich gewonnen. Sie haben gewonnen. Schau mal, meine Fähne. Wann noch, was Eiche? Deutsche. Frau Meier, wir müssen Sie leider kündigen. Das kann's doch nicht sein. Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Müssen Sie selbst wissen. Und jetzt die Ausländer. Frau Jemanns, wir müssen Sie leider kündigen. Was? Kündigen? Scheiße, Chef. Was kündigen? Oh, oh, oh. Du machst sofort Gehaltshäsen. Hast du mich verstanden, die Eiche? Ja, klar. Wann noch viel Geld. Ich muss Eiche. Deutsche. Hey. Wollah, mein Mann ist wieder Spielothek gegangen. Die machen immer Geld rein, wir finden, fette Taxipaarer, Scheiße, egal. Guck ich Hesse, ja? Hallo? Ist es für dich? Und es ist alles, was ich tun kann. Und es ist alles, was ich tun kann. Ui, wie sind es? Ali. Eiche, hallo? Ich hab rausgeholt bei Casino. Halli, hallo? Na, warte. Hallo? Ist es für dich? Ich hab rausgeholt bei Casino. Deutsche. Mama, lass uns mal einkaufen. Wollen wir zum Aldi gehen oder wollen wir zum Rewe gehen? Was? Hast du einen Knall? Geh doch nicht zum Aldi. Das sind die ganzen Nazis. Hier, Rewe. Qualität schmeckt auch. Hast du recht. Jeden Tag ein bisschen besser. Und jetzt die Ausländer. Ande, lass mal einkaufen gehen. Denkst du Aldi besser oder denkst du Rewe besser? Was? Wollum, ich brech gleich dein Name. Bist du behindert oder was? Wollah, diese Rewe teuer. Gehst du Aldi nur das Knaller kaufen? Ja, Ande, Rewe gehen alle Arme ans Reiche und so. Lass mal Rewe gehen, mal bessere Qualität, weißt du? Wollum, was ist Reiche? Was ist denn? Wo soll ich hier? Wollah, so ein Wolle, teuer kaufen. Ich will dir heute 100 Euro. Mal gucken, ob dieser Aschloch mir das Geld zurückkippt. Entschuldigen Sie. Sie haben nur einen Euro fallen lassen. Wollum, bitte schön. Wollum, warum passen Sie nicht mal viel Geld auf? Wollum, bist du Kanaki, was bist du? Deine Mutter, Vater ist türkisch, aber ich bin deutsch. Also ich bin hier geboren. Wie geht das? Deutscher Pass? Wie geht das? Ich bin deutsch. Ich bin ganz in der Türke. Wollum, warum gibst du mir das Geld zurück? Du bist Kanaki, oder? Sie haben nur einen Euro verdammt. Wollum, was bist du für ein Lauf? Jetzt machen wir bei anderen Personen. Viel Spaß. Wollum, du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Wollum, ich weiß, wo die ist. Wollum, komm raus. Wollum, du bist gut. Ich geb dir diese 100 Euro. Komm raus. Wollum, du bist ein guter Juni. Dankeschön, Dankeschön. Nein, gib mein Geld für ihn. Auf einmal hat alles kein Sinn. Dieses Geld fack mich blind. Hallo Freunde, ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich habe meinen Sohn gefunden. Er war die ganze Nacht weg. Ich habe die Polizei gerufen. Ich fahre gerade Auto. Meine Sohn liegt hier. Er hat draußen mit Kindern Alkohol getrunken. Wollum, jetzt schlafen. Er hat nichts mit mir. Ich will wissen, mit wem er trinkt Alkohol. Ich mache alle Abzeigen. Er hat hier einen Knutschfleck. Wollum, wo war der? Ich suche die ganze Nacht. Wollum, steh auf. Wollum. Wollum, ich bin traurig. Wollum, was ist los mit dir? Sag mir. Alter, was ist los, Mann? Sag mal, ich bin immer noch ein Jägermeister. Wollum, was ist los hier, Wollum? Mit wem warst du draußen? Sag mir. Ich war mit Kumpels, Mann. Ey, sag mir nicht Name. Wollum, ey, sag mir nichts zu mir. Schatzi, schick mir ein Foto. Schick mir ein Foto. Schick mir ein Foto. Man, thing rad, auch mal niedrezig. Gmbh.